Hallo, hier ist wieder Bibletunes Kids mit Billas Bockmist, geschrieben und gelesen von Claudia Weyand. Wir wünschen dir viel Spaß. Planungen Herr Wurmlinger hatte nichts dagegen, dass Benni als Jesus-Experte in das Projekt mit eingebunden wurde. Und Remo war es gerade recht, dass er nicht mit Lulu allein arbeiten musste. Er spekulierte darauf, dass sie und Benni das blöde Krippending zimmern würden und er sich gemütlich zurücklehnen und dabei zuschauen konnte. Nach der Schule gingen Lulu und Benni wieder ein Stück ihres Weges gemeinsam nach Hause. Lulu marschierte mit festem Schritt voraus. Glaubst du wirklich, wir brauchen uns wegen Remo keine Sorgen mehr zu machen, fragte Benni unsicher. Bei jedem Schritt, der sie näher in Richtung Bäckerei brachte, wurden seine Beine schwerer und seine Handflächen feuchter. Nur zu gut konnte er sich an den gestrigen Heimweg erinnern. Der Wurmlinger hat gesagt, dass wir uns weder prügeln noch beschimpfen dürfen, ansonsten leeren wir die Mülleimer bis zum Sommer. Ist schon klar, dass du das gehört hast. Aber bist du dir sicher, dass Remo das auch mitbekommen hat? Frag ihn doch, meinte Lulu und deutete zur Bäckerei. Da vorne steht er. Benni holte Tiefluft und versuchte besonders lässig zur Bäckerei zu schlendern. Fast wäre er vor lauter Lässigkeit über seine eigenen Füße gestolpert. Lulu fing ihn gerade noch auf. Mit hochrotem Kopf ging Benni weiter. Na, sagte Remo. Na, sagte Lulu. Ha, machte Benni leise. Wir müssen reden, meinte Remo. Und irgendwie klang es ganz so wie in den Filmen, wenn der Sheriff den Verdächtigen auf der Straße anhält. So? Fragte Lulu. Ja, wir brauchen einen Plan. Für unser Projekt? Remo nickte ungeduldig. Ja, was denn sonst, Mann? Das ist eine ganz großartige Idee, Remo. Sollen wir heute in dein Büro kommen? Wir machen am besten einen Termin mit deiner Sekretärin. Remus Augen funkelten. Ich lass mich nicht verscheißern, hörste. Benni wich einen Schritt zurück. Lulu erinnerte sich daran, was Herr Wurmlinger gesagt hatte. Zu meinen Bedingungen gehört auch, dass ihr euch während der vier Wochen weder prügelt noch mit dummen Sprüchen bedenkt. Entschuldigung, presste sie hervor und scharrte mit den Füßen am Boden. Dieses Projekt würde ziemlich anstrengend werden. Sie würde wohl oder übel auf ihr Mundwerk achten müssen, damit Remo der Schreckliche nicht ausrastete. Remo nickte nur zum Zeichen, dass er ihr noch einmal großzügig vergeben würde. Also, ich habe mir gedacht, wir hämmern das blöde Ding in ein, zwei Tagen zusammen und dann hat es sich, okay? sagte Remo und zog die Nase hoch. Weißt du denn, wie so ein Teil gebaut wird? fragte Lulu. Nö, aber dein Jesuskumpel, der macht doch sicher sowas jedes Jahr. Dabei wies Remo auf Benni. Ich? Ich? Nein, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich kenne so eine Krippe nur von den Bildern und vom Krippenspiel natürlich, stotterte Benni. Remo stöhnte und sah Lulu an. Na klasse. Ich dachte, der Knirps weiß Bescheid. Wie genau sieht denn so ein Krippending aus? Na, mich brauchst du gar nicht zu fragen. Ich bin Jesus' Anfänger. Ihr habt euch doch jedes Jahr so ein Krippenspiel reingezogen, schimpfte Lulu und blickte zu Benni rüber. Benni schien immer kleiner zu werden. Mit hochgezogenen Schultern und gesenktem Blick sah er wie ein Häufchen Elend aus. Ich könnte ja mal meine alte Kinderbibel mitbringen. Da ist ein Bild drin, sagte er. Lulu nickte zustimmend. Mein Onkel Fredger, der Bergerhof. Wir könnten da sicher mal in den Kuhstall gucken gehen, schlug Remo vor. Cool. Dann bringt Benni morgen dieses Kinderbuch mit und am Nachmittag gehen wir in den Kuhstall. Ist das weit von hier? fragte Lulu an Remo gewandt. Nee, der Hof ist mit dem Fahrrad in der Viertelstunde zu erreichen. Ihr könnt doch Rad fahren, oder? Klaro, rief Lulu. Klaro, flüsterte Benni, dem ganz und gar nicht wohl war bei dem Gedanken an eine Radeltour mit Remo dem Schrecklichen.